I think it's time to talk Hi Freunde, ich dachte mir, ich nehme euch mal mit zu einer kleinen Neujahrsvorführung. Wir haben schon Neujahr 2020 und dachte mir, warum nicht mal eine kleine Neujahrstour? Wir fangen mal an mit den Lucky 8-Bällen von Nico. Ich weiß, das Licht macht gerade ein paar Streifen, aber... ...besser wie ohne Licht, würde ich mal behaupten. Wir sind nämlich extra außerhalb der Stadt gegangen. So, ich hole die mal kurz raus und dann sehen wir uns gleich zur Zündung. So Freunde, wir lassen uns nicht lumpen und versuchen gleich alle drei gleichzeitig. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja. What the fuck. Ja, kranke Zeit auf jeden Fall. So, wir machen weiter hier mit den Quackling-Fountains. Zwei Minuten. Sollen die vor sich hin quackeln. Ich denke mal, davon machen wir mal drei Stück. Die lassen wir mal vor sich hin quackeln. Sollen wir mal kurz weg. Sollen wir mal kurz haben. Sollen wir mal kurz... Sollen wir mal jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Outro